Diese hier angebotene 4,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf Angermund. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 130 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 2200 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017